Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu All The Months 3. Ja, zwischen dieser und der letzten Folge gab es ein Update. Ich habe jetzt auf die neueste Version sozusagen komplett mal geupdatet. Es hat sich ein bisschen was geändert und zwar die Journey Map. Die scheint sich irgendwie aufgehangen zu haben. Da musste ich leider die Map resetten. Also ich habe sie einmal kurz gelöscht, danach ging es wieder. Das heißt leider aber auch unsere gesamten Marker und die gesamten erforschten Maps sind leider weg. Ja, ein bisschen schade irgendwie. Ich versuche es nochmal irgendwie vielleicht aus einem alten Safety vielleicht nochmal zu importieren. Aber irgendwie, keine Ahnung. Mal schauen, ob wir das da irgendwie nochmal hinkriegen. Aber ich glaube, das ist das, ja, das wenigere Übel, sage ich mal. Alles andere, soweit ich gesehen hatte, es hat so ein paar Mod-Änderungen gegeben. Ist soweit eigentlich ganz in Ordnung. Außer zum Beispiel die Elevators. Das war ja vorher ein Elevator-Mod. Ist jetzt zu Open Blocks gewechselt. Ja, Open Blocks ist wieder da. Und, ähm, ja, da sind auch zum Beispiel die Sachen wie zum Beispiel die Wings. Die Hängen leider sind rausgeflogen, weil die auch schon in Open Blocks mit drin sind. Ich glaube, noch zwei, drei andere Sachen sind auch noch rausgeflogen. Ähm, ja, schön, dass wir Open Blocks auch mal wieder haben. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob wir das jetzt noch so wirklich großartig brauchen. Ähm, nichtsdestotrotz. Das Coole sind die XP-Drains sind wieder da. Ja, sehr cool. Ähm, es müssten eigentlich auch, glaube ich, noch die Tank-Blocks, äh, müsste es, glaube ich, auch wieder geben. Den Null-Filler gibt es wieder. Also, der Sponge gab es, glaube ich, auch schon vorher. Das war, glaube ich, auch zum Beispiel einer der anderen Mods, der diesen Sponge wieder hinzugefügt hat. Ähm, ja, sehr cool eigentlich. Sehr, sehr cool. Ja, schön, dass wir den auch wieder haben. Ähm, deswegen habe ich die Elevators sozusagen schon mal hier wieder ausgetauscht in unserer Base, damit wir hier überhaupt wieder uns ein bisschen halbwegs manövrieren können. Aber wo wir letzte Folge stehen geblieben sind, das waren die Crystals. Und zwar für unseren Angel Ring. Ich habe das Ganze schon mal hier schön vorbereitet. Schwupps und schwupps. Und dann Hammer, die beiden, die wir brauchen, um den Angel Ring sozusagen herzustellen. Es hat ein bisschen gedauert, deswegen habe ich auch noch ein paar andere Sachen nebenbei gemacht. Da kommen wir aber gleich zu. Äh, erstmal brauche ich meinen Angel Ring wieder, damit ich wieder vernünftig fliegen kann. Es hat mich so ein bisschen, ein bisschen gestört. So. Ähm, Moment. Wir hatten noch einige Sachen dafür gecraftet. Äh, hallo? Also die Sachen sind zum Beispiel schon mal alle da. Okay, die Lassos sind nicht da und der Ender ist da. Okay, haben wir den Ender-Star nicht fertig? Hatte ich den schon irgendwie verbraucht? Habe ich den verbraucht? Ich hoffe nicht. Ähm, gut, dafür brauche ich wahrscheinlich noch einen Prisma-Shard für oder kann ich den schon herstellen? Ist ja merkwürdig. Ah, ich kann den herstellen. Okay, ach stimmt, ich habe den, glaube ich, nicht hergestellt gehabt. Okay. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. So, das heißt, einmal das Ding, einmal das Ding. Und jetzt brauchen wir noch die Lassos. Die sind wahrscheinlich hier so drin, genau. Die werden nicht reingeschifftet. Und dann klappt es trotzdem nicht. Warum klappt es jetzt nicht? Irgendwas ist falsch. Äh, ich bin mir nur nicht so ganz hundertprozentig sicher, was falsch ist. Also, die Crystals haben wir doch, die richtigen, oder? Celestic Crystals. Das ist doch eigentlich richtig. Armored Jetpack haben wir. Wir haben den Ghast, wir haben die Bat und wir haben die Batwings. Also, eigentlich sollte es richtig sein. Ähm, das Einzige, was passieren kann, ist, dass es hier nicht drin gecraftet werden kann. Aber, das sollte eigentlich nicht passieren. Sind die Crystals echt falsch? Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ähm, wäre natürlich ein bisschen, bisschen blöd. Weil so haben wir sie letztes Mal eigentlich auch gecraftet. Das Einzige, wie gesagt, was ich mir noch vorstellen kann, dass es in der, in dem, in dem Terminal nicht ging. Haben wir das das letzte Mal auch an einem normalen Table gecraftet? Kann sein. Deswegen hatten wir hier auch lange Zeit mal ein Table, glaube ich, stehen, ne? Gucken wir mal. Wir bauen einfach mal ein, schiften das hier einmal rein. Und gucken mal, ob es hier drin geht. Vielleicht kann es sein, dass wir nochmal Erfahrung dafür brauchten. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Nein, hier scheint es auch nicht drin zu gehen. Okay. Vielleicht brauchen wir Erfahrung. Ich habe nämlich die ganze Erfahrung mal, ähm, äh, achso, ja, so muss ich die dann nehmen. Mal ganz kurz, äh, gespeichert. So, ich lade mal ganz kurz ein bisschen Erfahrung auf. Irgendwas scheint mit den Crystals nicht in Ordnung zu sein. Lass uns mal ganz kurz eben warten, bis die Crystals wieder da sind und jetzt mal reinschiften. Ich kann den Angel Ring nicht craften. Warum kann ich den Angel Ring nicht craften? Das ist eine gute Frage, die sich hier an dieser Stelle stellt. Ähm, und der ich wahrscheinlich nochmal auf den Grund gehen muss. Ich weiß nicht, ob sie das Rezept verändert haben. Ähm, und das wird mir wahrscheinlich ja nicht angezeigt. Was ein bisschen, bisschen blöd wäre. Oder, ähm, ich, ich, ich übersehe gerade irgendetwas. Aber er hat es ja auch gerade richtig reingeschifftet. Also auch mit den Crystals an sich. Also irgendwas, irgendwas übersehe ich. Ich bin mir nur nicht sicher, hundertprozentig, was ich übersehe. Gut. Aber das ist eine Sache, die ich, äh, nochmal so auf den Grund gehen kann. Ich nehme mir mal ganz kurz die Bat. Äh, das soll ich, kann ich mir ja trotzdem auch nochmal rausnehmen. Ähm, ein Oblick. Ich baue das Ding hier nochmal ganz kurz eben ab und wandle es eben um. Und lasse die anderen Sachen da schon mal drin liegen. Dann brauche ich sie nicht suchen, bis ich dann den Fehler sozusagen gefunden habe. Den werden wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich dann klären. Was ein bisschen, bisschen ärgerlich ist, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hätte jetzt gedacht, wir könnten den jetzt einfach so vernünftig bauen. Und dann wäre das abgehakt, das Thema. Aber scheinbar, ähm, ja, irgendwie ein Problem. Das kriegen wir aber, denke ich mal, auch noch irgendwie raus. Wieso, weshalb, warum. Eventuell muss ich noch irgendwas an den Einstellungen oder sonstiges ändern. Da werde ich mal gucken. Weil normalerweise sollte es ja eigentlich nicht möglich sein. Oder ich gucke mal, vielleicht haben sie irgendwas geändert. Das weiß ich nicht. Gut, nichtsdestotrotz habe ich hier unten, wie ich ja schon in der letzten Folge angekündigt habe, ein wenig rumgecraftet. Und es ist echt, 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 echt eine ganze Zeit. Ihr seht, das letzte Ding habe ich hier sozusagen noch drin. Das können wir jetzt einfach mal gemeinsam neu im Schnellfertig machen. Ähm, ja, war ein bisschen, ein bisschen... Uh, hups. Das sollte man nicht machen. War ein bisschen Crafterei. Ähm, die Vivancores sind eigentlich relativ einfach. Aber man muss halt davon wiederum sieben erstellen. Da muss man das wieder einmal durchcraften. Das dauert alles so ein kleines bisschen. Und, ähm, ja, nichtsdestotrotz habe ich das einfach mal eben kurz fertig gemacht. Weil sonst dauert das in den Folgen doch recht lange. So, dann haben wir sozusagen davon schon mal neun Stück. Die müssen wir jetzt auch mal nochmal upgraden. Und, ähm, dafür würde ich ganz gerne gucken, ob wir das ein bisschen automatisieren können. Aber nur ein klein bisschen. Und deswegen müssen wir mal ein bisschen schauen, ob wir das ein bisschen anders hier verkabeln. Aber auch nur ein bisschen anders. Ähm, deswegen baue ich es hier nochmal einmal ab. Und wir werden das Ganze seitlich aufbauen. So, schauen wir mal. Äh, ich werde mir nochmal ganz kurz die Dinger hier eben schnappen. Denn kabeltechnisch müssen wir das Ganze auch ein bisschen anders jetzt verlegen. Äh, ein Augenblick. Ich muss mal ganz kurz eben gucken. Einen Abstand wollte ich haben dazu. Das heißt also in der Richtung. Dann werde ich den Core hier, werde ich auch nochmal eben, wo habe ich denn meinen Terminal? Um eine Stelle verschieben. Etwas zumindestens. So, das heißt also, den stelle ich hier hin. Ja, ich glaube, den stelle ich da hin. An der Stelle. So, okay. Jetzt wollen wir das natürlich möglichst gleichmäßig machen. Wenn wir mal drei an diese Seite stellen. Uh, ganz clever gesehen könnten wir das echt so machen. Immer mit drei Stück. Und dann hier auch nochmal drei, ne? Dann haben wir genau unseren neuen Stück. Das geht natürlich auch. Und da kann ich, wie es eigentlich wollte, von hinten die Dinger dann, ähm, befüllen mit Material. Oh, okay. Das ist, das ist echt nicht schlecht. Ähm, ich glaube, den Aufbau können wir so lassen. Dann brauche ich noch ein bisschen Ultimate Cable. Wovon wir auch noch bestimmt was haben. Oder auch nicht. Ähm, noch einen. Na, klasse. Ähm, machen wir mal wieder 32 oder so, würde ich sagen. Einfach. So, dann werden wir schon mal ein bisschen was wieder haben. Ähm, ich hoffe, er craftet die acht Stück gleich direkt. Oder craftet er erst alles andere. Na, kommen wir auf jeden Fall schon mal welche. Acht Stück reichen auch für den Anfang. Der Rest kann er ja schon mal durchcraften. Wenn wir das nächste Mal welche brauchen, haben wir dann gleich schon mal welche. Hier habe ich jetzt einen Zweierabstand. Hier habe ich auch einen Zweierabstand. Hier habe ich bloß einen Einerabstand. Das heißt, das werde ich auch nochmal eben kurz korrigieren. Und das dann eben so machen. Korrekt. Nee. Hä? Wie habe ich das denn jetzt gerade gesehen? Ja, wie habe ich das falsch gesehen? Ist doch nur ein Einerabstand. Ja. Da, so sieht es richtig aus. So sieht es richtig aus. Und dann kann das Ganze hier hin. Perfekt. Jetzt ist nur die Frage, hätte ich das lieber von hinten haben wollen? Oder will ich das so haben? Ich glaube, ich kann es so lassen. Das ist eigentlich ganz gut und okay soweit. Ähm. Jetzt brauchen wir, ähm, noch ein wenig anderes Cable. Ultimate Cable. Ultimate Cable. Und zwar brauchen wir Item und Blocks. Den Rest können wir da erstmal reintun. Und die können wir auch theoretisch von oben rumlaufen lassen, ne? Kann ich theoretisch auch von oben rumlaufen lassen? So. Korrekterweise. Nee. Ich baue die hier nicht. Also ich hatte erst, genau, das war erst mein erster Gedanke, ob wir die Mechanism-Teile benutzen. Aber bei den Mechanism-Teilen habe ich einfach ein dickes Problem, dass ich sie nicht vernünftig konfigurieren kann, so wie ich es will. Genau, da bauen wir was anderes für. Das ist mir nämlich vorher neu eingefallen. Ähm. Ich meine, wir hätten es auch mit dem Sorter und Sonstiges bauen können. Und wir werden einfach mal Termal Extensions nehmen. Äh, Expansions, nicht Extensions. Und dort werden wir, ich glaube, das Kabel hatte ich hier noch gesehen drin. Äh. Buh, du, 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 du. Da haben wir es. Item Ducts, genau. Da können wir mal gucken, ob wir ein bisschen, bisschen, äh, bessere Teile hier nutzen können. Warum das Hardened Glass für? Äh, und dann, wie viele? So. Äh, du, 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 Impuls. Ne, sechs Stück brauchen wir. Okay. Oh ja. Das klappt ja eigentlich recht gut. Dann, ups, einmal verteilt. Ne, äh, Grid. So, genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Perfekt. So, den Rest davon kann da erstmal rein. Haben wir 48 von denen hier. Transfer Items. Und dann kann man die, glaube ich, noch... Das sind jetzt die hier, oder? Ne, das sind nicht die Impuls-Teile. Ich habe mir jetzt den gecrafted. Oh mein Gott. Item Ducts, die haben wir sonst hergestellt, ne? Die können wir jetzt nochmal upgraden. Oder nicht upgraden. Ich wollte die zweite Stufe bauen, dass die, äh, more, also im Prinzip schneller transportiert. Dafür brauche ich die normalen Impuls. Und die crafte ich mit den Impuls den Dingern, die wiederum... Höh, was? Ey, wie bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt? Warum, wieso, weshalb? Ah, okay. Ach, alles klar. Okay, das sind im Prinzip die, die wir jetzt hergestellt haben, nur mit Energized Glowstone. Ich wollte gerade sagen, das kann ja nicht sein. Okay, dann ist ja alles in Ordnung. Das heißt, die hier müssen wir jetzt nochmal mit Energized Glowstone vollpumpen. Da muss ich mal ganz kurz eben gucken. Das ist Milch und sonstiges. Wir hatten doch hier irgendwo schon, genau, hier hatten wir Energized Glowstone. Perfekt. Und dann im Prinzip, ähm, werden daraus die Teile. Sehr gut. Nichtsdestotrotz brauche ich noch ein bisschen was anderes, aber das kann ich auch von hier aus craften. Ich bräuchte ein paar, ähm, von denen, beziehungsweise eigentlich brauche ich nur einen von denen hier. Und dann brauche ich welche von diesen hier. Und zwar davon brauchen wir dann eine ganze Menge mehr. Ja, das sind auch Elektrum, ne? Nicht, dass ich mich hier gerade versehe. Ja, das ist Elektrum. Ähm. So, brauchen wir mal ein bisschen Elektrum kurz. Davon brauchen wir dann pro, pro Eingang brauchen wir welche. Das heißt, wir haben jetzt drei. Das heißt, wir brauchen noch sechs weitere. Perfekt. Dann haben wir auch davon neun. Gucken wir mal, wie es mit den Item Ducks aussieht. Ähm, 26 haben wir erstmal gerade. 27. Egal, damit können wir schon mal ein bisschen arbeiten. Und zwar, fangen wir mal an. Ähm, diese guten Teile bauen wir mal alle hier jetzt hin. Sieht auch cool aus, eigentlich die Teile. So, die setzen wir jetzt oben überall drauf. Und dann kommen jetzt hier überall diese ganzen schönen Filter rein. So, meine werten Herren. Die haben wir auch. Die ganzen Filter. Perfekt. Und jetzt brauche ich noch irgendwie einen Container, von woraus wir im Prinzip Items, ja, ähm, laden können. Ich glaube, hier war noch, genau, ein Small Crate drin. Dann nehme ich das doch. Und das können wir dann theoretisch in die Ecke reinstellen. Zum Beispiel. Nein, nicht da. Da wollte ich es eigentlich nicht haben, sondern endlich hier rein. Perfekt. Und da packen wir dann ein Servo drauf. Nice. Den machen wir dann dauerhaft on. Gut. So, jetzt können wir hier nämlich sagen, dass wir immer nur ein Item drin haben wollen. Ich weiß, ich kann da auch stackweise Sachen reinschmeißen. In die, ähm, in die Crafting Injectors. Aber ich möchte ja immer nur einen drin haben. Perfekterweise. Damit das Rezept natürlich auch wunderbar funktioniert. Und... Dann... Sollte das eigentlich hoffentlich klappen. So. Ähm, jetzt können wir das mal ganz kurz rezepttechnisch mal uns einmal anschauen. Und zwar, was brauche ich denn jetzt eigentlich, eigentlich am meisten? Am meisten brauche ich eigentlich die Cores erstmal. Die hier. Denn wenn ich mal ganz kurz uns, ähm, nicht die Herzen, sondern hier das hier uns angucke. Das Awaked Draconium. Dann brauchen wir einmal für einmal umwandeln. Brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück von diesen Cores. Ähm, das ist schon eine ganze Menge. Äh, da ich auch bloß 8 Stück davon hergestellt habe, um diese Teile erstmal hier zu craften. Weil das waren jetzt noch die restlichen, die gefehlt haben. Das hat schon ein bisschen was gedauert. Und, äh, beziehungsweise auch an Ressourcen gekostet. Und dann müssen wir mit einem davon und Nether Stars und einem Egg und zwei weiteren dann das herstellen. Das heißt, wir müssen dann auf jeden Fall erstmal 12 herstellen. Weil wir 9 Teile haben. Und bei denen kriegen wir immer noch 4 raus. Das heißt also, es sind nur 8 dann dementsprechend. Und das 2 mal machen. Also müssen wir noch ein drittes Mal machen. Das heißt, wir brauchen diese Sache hier, ähm, beziehungsweise die Items 3 mal. Wir haben gesagt, äh, 6 haben wir. Das heißt also, 18 von diesen Cores brauche ich. So, 18 von diesen Cores. Das heißt, ähm, 32 wollte ich schon sagen. 36 Blöcke brauche ich erstmal. So, dann fangen wir damit an. Fangen wir mal mit den Blöcken an. Ähm, Blocks. Ne, äh, doch, da waren sie eigentlich. Aber ich will sie ja auch croften. Da sind sie so. Äh, 36 Blocks. Start. Wie viele sind denn das? Das sind 324 Blöcke. Das ist okay. Ah, ich hatte ja noch welche gehabt. Verdammt. Ist egal. Ähm, lasst ja erstmal croften. Dann brauchen wir als nächstes. Um die ganzen Cores herzustellen. Äh, was hatten wir gesagt? 16? Ne, 18, ne? 18 hatten wir gesagt. 18 und dann haben wir 5. Äh, sind 50. Und dann nochmal 40 draus. 90 Cores. Oh, das könnte schon mal, das könnte schon mal richtig wehtun. Ähm, besonders was glaube ich Diamanten angeht. Ich glaube, wir haben nicht so viele Diamanten. Ich glaube nicht mehr. 10 Stück fehlen. Uh, 10 Diamanten fehlen. Ähm, dann lasst uns erstmal 80 herstellen. So, die haben wir ja auf definitiv. Dann können wir es auf jeden Fall gleich schon mal ausprobieren. Dann muss ich auf jeden Fall gleich nochmal, ähm, mit dem Miner oder so nochmal Diamond Oars oder so im Schnellfarmen. Das sollten wir aber auch relativ zügig hinbekommen. So, wo war ich stehen geblieben? Ähm, die Cores brauchten wir. Äh, ne, das wollten wir ja bauen. Genau. Und dann brauche ich noch die Emerald Blöcke. Davon brauche ich dann auch nochmal 18. Äh, ach, haben wir das nicht als Craft? Ich glaube, das haben wir nicht als Craft, ne? Gut, dann stelle ich die eben kurz per Hand her. Und zwar habe ich gesagt, brauche ich davon 18. Ah, Emeralds wären auch weniger. Also, und, oh Gott, wir haben nur noch 302 Drakonium. Wir waren irgendwie bei 900. Also, ihr seht, das droppt mal eben ganz schnell, ähm, ganz schnell eben runter. So, 80 von denen haben wir. Und, äh, 36 von denen brauche ich. Ich glaube, ich muss die Filter jetzt nochmal ganz kurz eben ein bisschen konfigurieren, was eigentlich ein bisschen, ja, ein bisschen blöd ist. Aber okay. Ansonsten haben wir halt hier ein Durcheinander, wenn wir so viel auf einmal hier einfügen. Theoretisch könnte ich sogar, äh, was hat man gesagt? Wir brauchen 4, ne? 1, 2, 3, nee, 5 brauchten wir, ne? 4, 5, korrekt. Und, oh, Netherstars brauchen wir noch, genau. Die habe ich übrigens auch gefarmt wieder. Netherstars. Wie viel brauchen wir denn jetzt von den Netherstars? 18, ne? Brauchen wir auch, nee, brauchen wir das Doppelte? Brauchen wir das Doppelte? Oder brauchen wir nur einfach? So, 2 brauchen wir. Also, genauso wie die, ähm, wie die Blöcke brauchen wir da auch von 36. Perfekt. Oh, das wollte ich da nicht reinlegen. Ähm, außerdem muss ich erstmal nur hier rein. So, alle sind auf einen gestellt. Das heißt, wenn ich jetzt folgendermaßen das mache, nee, beziehungsweise, ich mache nochmal folgendes erst. Ich mache nochmal ganz kurz eben hier einen rein und stelle mir noch eben einen von den, ähm, nicht von den Servos, sondern von den Filtern, das glaube ich, ne? Genau, reinforced Filter. Ähm, wo haben wir dann Paper? Paper haben wir auch nicht. Ähm, dann nehmen wir einfach Sugarcane und stellen einfach mal ganz kurz eben ein bisschen Papier wieder her. Aber wir können auch einfach mal eben schnell so machen. So, das reicht. Für alle Zeiten an Papier. Na, was heißt alle Zeiten, aber für ziemlich lange. Und hier stellen wir mal ganz kurz die Emerald-Blöcke rein und auch auf einen. Gut, wenn ich jetzt das ganze Material da reinlege, dann sollten eigentlich die Items langsam aber sicher hier reingehen und sich falsch verteilen. Ah, Blacklist. Ah, wir müssen das whitelisten, ne? Okay, das erklärt einiges. Wir müssen das Ganze hier whitelisten, logischerweise. Das wäre natürlich noch gut gewesen. Blacklist heißt ja, da sollen die Sachen nicht rein. Whitelist heißt ja, da sollen nur diese Sachen rein. Das haben wir eben etwas verpennt, aber nichts, kein Problem. Wäre jetzt hier auch nicht ganz so schlimm gewesen. Aber nichtsdestotrotz hole ich die Sachen mal ganz kurz eben raus. Und lege die eben da wieder zu. Und was ist hier jetzt noch falsch? Ach, hier ist nichts drin gewhitelistet. Okay. Darin sollen dann noch mal diese Teile rein. Genau. Und dann sollte es richtig aussehen. Hier ist natürlich auch falsch. Hier soll natürlich whitelist. Auch kein... Oh, ach cool. Der wird gleich wieder geblockt. Scheinbar. Ein Augenblick. Ah, der hat jetzt natürlich noch irgendwas drin. Dann machen wir noch mal ganz kurz hier Blacklist. Dann lasse ich ihn doch noch mal ganz kurz eben holen. Hat jetzt kein Destination-Ziel sozusagen... Verdammt. ...gehabt. So, jetzt Whitelist und das Ding jetzt raus. Und dann sollte der Emerald kommen an der Stelle. Und hier reinwandern. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das heißt also, wenn ich jetzt hier auf Start drücke... ...dann bearbeitet sich das Ganze. Das funktioniert. Sehr cool. Wenn das hier gleich fertig ist... ...werden die Dinger neu befüllt. Und ich brauche hier einfach bloß wieder auf Start drücken. Ohne, dass ich immer hier wieder klicken muss. Der einzig große Nachteil ist bei den nächsten Rezepten. Aber ich denke mal, das ist zum Beispiel ein der Rezepte, die ich häufiger brauche. Und dann brauche ich das Material hier reinschmeißen. Und die Teile werden einfach befüllt an der Stelle mit den richtigen Zutaten. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wie ihr seht, ich nehme das Ding hier raus. Drücke wieder auf Start. Und das ganze Teil craftet mir den nächsten... ...ähm... ...ja, den nächsten Core. Das ist sehr, sehr perfekt eigentlich schon fast. Und die anderen Sachen, die brauchen wir einfach so wenig... ...dass ich die dann einfach kurz per Hand legen kann. Ähm... ...ja. Das... ...können wir eigentlich so machen. Perfekt. Gut. Dann lassen wir das erstmal so an der Stelle. Ähm... ...last but not least. Ähm... ...was können wir jetzt noch eben schnell... ...vorerst noch machen? Brauchen wir noch irgendwas für die nächste Folge? ...was wir schon mal vorbereiten können. Logischerweise natürlich die Core. Ah ja, Diamonds. Genau. Diamonds hätte ich ja fast vergessen. Ähm... ...dafür würde ich ganz kurz den Digital Miner mal ganz kurz eben mitnehmen wieder. Und mich mal ganz kurz eben schnell und fix in die Mining World begeben. Und schauen, ob wir da vielleicht ein paar Diamonds rausziehen können. So, gucken wir mal. Und zwar... Huch... Ah, jetzt muss ich natürlich die Karte erst wieder laden, weil die natürlich gar nicht drin vorkommt. Aktuell. So, das ist der Richtige, ne? Das ist der... Ne, das ist der... Doch, das ist der Stromgeber. Perfekt. Oh, ich habe mich hier genau bei den Blobs hingestellt. Das war vielleicht nicht gerade so klug. Äh... Einarmblick. Ich brauche das nochmal lieber ab. Ah, viel zu laut, Jungs. Die Rüstung macht viel zu viele Geräusche. Ich glaube, die muss ich nochmal... ...nochmal ein bisschen runterschalten. Gut. Nichtsdestotrotz, lasst uns... Äh... Da haben wir auf jeden Fall die Diamonds schon weggeholt. Dann lasst uns mal hier hingehen. Ich glaube, hier waren wir definitiv noch nicht. Und hier sollten auch keine Blobs uns stören, was soundtechnisch angeht. Waren doch schon relativ laut, ne? Waren schon relativ laut. Die anderen Sachen können auch ruhig mitgesucht werden. Äh... Ne, nicht Itemstack, sondern Ordictionary. Und dann ist es, glaube ich, Ordiamond. Diamant. Save. Perfekt. Und einmal Start. So. Ah, ja. Da kommen schon auf jeden Fall die Diamanten an. Gehen natürlich jetzt nicht... Ähm... Beziehungsweise sind jetzt natürlich nicht mehrere. Also werde ich die ja mal einzeln holen. Oh, halt irgendwie... Habe ich es jetzt falsch rum? Ah, jetzt habe ich es ja falsch rum installiert. Okay. Dann jetzt nochmal richtig rum installieren. Dann passt das auch. Genau. Sehr schön. Kriegen wir es halt, wie gesagt, nicht mit Fortune sogar die Diamonds abgebaut, sondern halt immer nur die Single Diamonds. Macht aber in diesem Fall jetzt nichts. Ähm... Denn wir brauchen einfach nur ein paar, damit wir wieder ein bisschen weitercraften können. Oh. Hätte ich fast den anderen auch mal vergessen. Fliegen wir mal ganz kurz in 20 Blöcke oder mehr eben ganz kurz in eine Richtung. Und dann machen wir das Spiel da auch nochmal an der Stelle. Dann sollten wir eigentlich erstmal wieder so ein bisschen Diamantechnisch... Ach, der Auto-Jump ist auch wieder an. Seht ihr ja? Also ich habe noch nicht alles... Noch längst nicht alles wieder konfiguriert. Also dieser Auto-Jump ist auch schon wieder an. Also ihr seht, die ganzen Configs haben sich so ein bisschen irgendwie zerschossen. Gut, dass ich nochmal ein Backup-Safe gemacht habe. Aber das Safe schien nicht kaputt zu sein. Da haben wir also auf jeden Fall Glück gehabt. Das hatte ich ja schon einmal, glaube ich, ne? In dieser Staffel. Dass einmal bei einem Update der Safe komplett irgendwie kaputt gegangen ist. Da musste ich die ganzen Sachen aus einem alten Safe nochmal rückwirkend nachspielen. Das ist dann schon immer so ein bisschen ärgerlich an der Stelle. Aber gut, diesmal hat alles wunderbar geklappt. Und dann haben wir jetzt auch wieder die Diamonds. Da könnte ich die letzten 10 Cores, war es glaube ich, noch bauen. Und da unten mit reintun. Und dann haben wir das an der Stelle auch schon mal. Dann sollte das da auch keine Probleme später geben. Beziehungsweise dann werde ich die Teile, die wir jetzt sozusagen heute schon mal vorbereitet haben, durchlaufen lassen. Und dann können wir uns in der nächsten Folge dann, in der 100. Folge, können wir uns dann Draconic... Ähm... Was war es da nochmal? Das Awake Draconic war es, glaube ich, ne? Genau, das Awake Draconium Block uns dann mal anschauen. Aber eben schnell noch die Cores gebaut. Und zwar waren das dann nochmal 10, ne? Genau, 10 Stück waren es dann nochmal. Immer noch 5 Stück fehlen? Ah, okay, alles klar. Ja, ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt. Die landen nämlich hier drin, ne? Korrekterweise, ja. Die sind hier drin gelandet. Und genauso wie das Draconium Dust, dass ich dann hier mal, äh, hier mit einem Furnace, ne? Genau, schmeiße ich da einfach mal ganz kurz rein. Und hier kommen wir ganz kurz eben die rein. Ja, ist natürlich klar. Die waren natürlich auf einem ganz anderen, ganz anderen System eingestellt. So, jetzt aber 10 Cores noch. Kann ich mir die auch mit nach unten nehmen. Und dann haben wir auf jeden Fall genug, um die Sachen hier herzustellen. Das einmal reingeschmissen. Und dann, das ist fertig. Und next crafting. Ja, perfekt. Das würde ich dann bis zur nächsten Folge dann schon mal vorbereiten. Und dann sehen wir uns in der nächsten, in der hundertsten Folge wieder. Bis dahin, erst einmal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.